Darf der Lizenzgeber Marvel tatsächlich nur NFTs auf Vivi reißen? Auf diese Frage gehen wir heute ein. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Daten an für Journey into Mystery. Hashtag 83, eine super great comic. Außerdem gehen wir auf die aktuellen Marktdaten ein. Wie verhalten sich außerdem die Top 100 Whales? Willkommen und Wort, ich bin sein Captain, dein Vivi OG und heute mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall wissen solltest. Zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall bis jetzt eine wunderbare Zeit und konntet auf jeden Fall die Zeit mit eurer Familie und auch euren Liebsten genießen. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir auf jeden Fall rein in das nächste Video hier und mit den nächsten News für dich. Und als erstes starten wir mit einem Livestream und zwar nämlich von Randy Chavez und hier ist nämlich etwas sehr Interessantes gefallen. Ich werde euch den Link dazu einmal unten in die Videobeschreibung packen. Ab Minute 6 geht das Ganze hier eigentlich los, worüber wir jetzt sprechen. Und zwar war er nämlich unter anderem in San Diego, auch auf der Comic Con und auch glaube ich in New York und dort hat er zufälligerweise auch mit Leuten von Marvel gesprochen. Und da ist etwas sehr Interessantes rausgekommen. Und zwar hat Marvel anscheinend wirklich einen komplett exklusiven Vertrag mit Vivi, der ihnen vorschreibt, dass sie keine anderen NFTs auf anderen Plattformen selber rausbringen dürfen. Das heißt, die sind wirklich zu 100% an Vivi gebunden. Und das ist natürlich eine super bullische Nachricht, denn wenn wir davon ausgehen, dass Marvel hier wirklich einen Vertrag von 5 bis 10 Jahren hat, dann können wir hier wirklich noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren wirklich ausschließlich Marvel oder auch vielleicht Disney-NFTs nur auf Vivi sehen. Und hier kommt auch schon der springende Punkt. Marvel ist ja ein Teil von Disney. Heißt das Ganze jetzt, dass Disney tatsächlich hier auch die nächsten 5 bis 10 Jahre nur auf Vivi-NFTs fließen kann? Ich schließe es persönlich nicht ganz aus. Und es wäre an dieser Stelle tatsächlich ein extrem bullisches Signal, weil wir tatsächlich hier dann wirklich auch von Marvel und Disney ausschließlich auf dieser Plattformen NFTs bekommen würden. Und es keinen anderen Konkurrenten gäbe, der tatsächlich für NFTs, jedenfalls in der Form, wie wir es auf Vivi sehen, droppen dürfte. Und ja, das ist natürlich für Vivi ein enormer Vorteil, denn so haben sie auf jeden Fall eine Monopolstellung für die nächsten Jahre, die sie ausbauen können. Denn sie sind einfach halt nur der Geber von NFTs, von Disney und Marvel, beziehungsweise stellt das Ganze hier bereit über die Infrastruktur mit dem Marketplace und so weiter und so fort. Also wir sehen hier schon, hier ist wirklich eine ganz, ganz, ganz starke Bindung zwischen Marvel und auch Vivi und wahrscheinlich zwischen Disney und auch Vivi auch, weil, wie gesagt, Marvel auch ein Part von Disney ist. Aber lasst mir auf jeden Fall sehr gerne eure Meinung und in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Ich denke nicht, dass das Ganze hier an dieser Stelle wirklich FOMO ist oder irgendwelche Spekulationen, sondern dass das wirklich auch stimmt. Randy ist wirklich auch ein, ja, jemand, dem man da eigentlich vertrauen kann, was solche Dinge angeht. Und ja, von dem her nehme ich das Ganze persönlich ernst und teile das natürlich hier auch mit euch, dass ihr diese Infos für euch mitnehmen könnt. Anschließend schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Great Comic an und zwar nämlich Journey into Mystery Hashtag 83 und das ist wirklich ein ganz schöner Great. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen auf dem Medium Artikel, ja, dann sehen wir natürlich hier erstmal überhaupt alle Cover persönlich. Ich finde die alle sehr gut gestaltet und wenn wir uns aber auch mal jetzt die Daten anschauen, das ist schon ziemlich interessant. Das Ganze wird am 27. Dezember, das heißt morgen um 17 Uhr deutscher Zeit, droppen. Natürlich wie immer Blindbox-Format mit exklusiven Rare und Ultra-Rare-Cover. Außerdem wird das Ganze wieder auch nur 10.000 Editions haben und was ganz besonders ist an diesem Drop, es wird 20 Gems kosten. Und das haben wir tatsächlich auch schon bei Amazing Fantasy gesehen. Das heißt, es ist jetzt hier nicht das erste Comic, was 20 Gems kostet, sondern tatsächlich, ja, eins jetzt von tatsächlich ziemlich wenigen. Ich glaube, es gab nur 4 bis 5, die insgesamt mit so einem Listenpreis gedroppt sind, aber nichtsdestotrotz ist es in Ordnung für dieses Comic. Denn wenn wir uns das Ganze mal genau anschauen, dann haben wir es hier wirklich, wie gesagt, mit einem Great Comic zu tun und dementsprechend ist hier auch der Preis in Ordnung. Und wenn wir uns hier nämlich die Daten mal anschauen, nämlich von der GP Analyst, ja, dann sehen wir auf jeden Fall hier, dass das Ganze schon ziemlich, ziemlich teuer ist. Der letzte Verkauf war ja im April 2022 und da wurde eine 9.4 für 432.000 US-Dollar verkauft. Und dementsprechend, denke ich mal, wird auch das Comic selbst sehr gut performen. Ich denke mal, die Secret-Rare könnte sich tatsächlich sogar bei 1.000 Gems einpendeln. Ja, und selbst die Ultra-Rare wahrscheinlich bei 3 bis 400, weil wir hier einfach, wie gesagt, nur 10.000 Editions haben und dementsprechend natürlich auch die Auflage extrem gering ist. Wenn man sich das Ganze, wie gesagt, nochmal hier anschaut, 500 Ultra-Rare, davon muss man aber nochmal tatsächlich ja die Editions abziehen, die sich Vivi selbst einbehält. Also wir sprechen hier wirklich von einer sehr geringen Auflage für ein sehr wichtiges und auch sehr interessantes Comic. Denn, ja, das habe ich gerade nochmal vergessen zu erwähnen, hier haben wir nämlich die First Appearance von Mighty Thor, beziehungsweise von Thor mit dabei. Also hier wirklich auch einen signifikanten Charakter aus dem Marvel-Universum. Ja, und ich würde sagen, nun schauen wir uns mal die Daten von Vivi X-Tracker an, beziehungsweise die aktuellen Marktdaten. Wie steht es eigentlich um Vivi? Ja, und wir können uns hier die letzten 30 Tage uns mal anschauen und da sehen wir einen ganz klaren, weiterhin bestehenden Downtrend. Wir sehen hier einen Rückgang von minus 60%. Das ist schon eine ordentliche Zahl und wir sehen jetzt hier wirklich auch eine tägliche Aktivität von Wallets von maximal 2837. Man muss hier aber ganz klar sagen, das sind alles nur Wallets, die im Prinzip eine Transaktion gemacht haben. Wenn man so im Prinzip nur extern das Ganze tracken kann, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Collectible kaufe, dann zähle ich plötzlich auch als aktiver User. Das heißt natürlich nicht, dass man auch aktiv ist, sozusagen nur wenn man hier tradet. Das Ganze kann man natürlich auch so sein, wenn man irgendwelche Bilder macht, sich im Showroom irgendwie austobt. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz sehen wir hier aber einen sehr großen Rückgang. Genau das gleiche auch bei den aktiven neuen Wallets. Hier sehen wir wirklich auch einen Rückgang von 51%. Das ist schon ein wirklich ordentlicher Rückgang. Aber was trotzdem sehr positiv ist, wir können uns mal die Top 100 Wallets ansehen und auch hier sehen wir tatsächlich ein Minus. Aber wenn wir uns mal die Zahlen faktisch ansehen, dann gibt es hier immer noch eine sehr starke Akkumulation. Und ja, wenn wir uns hier mal die Top Wallets anschauen, hier sind tatsächlich jetzt nicht die Wallets mit Inbegriffen, die Marvel, die Vivi oder anderen Lizenzgebern gehören, sondern wirklich die von realen Leuten. An der Spitze natürlich das Wallet von Dr. Profit. In den letzten sieben Tagen hat er eine Netto-Akkumulation von 55 Collectibles gehabt. Und auch insgesamt sehen wir hier bei jedem Wallet eine Netto-Akkumulation eigentlich mit einem Plus. Es gibt jetzt hier weiter unten mal jemanden, der da einfach mal 18 Collectibles verkauft. Aber ansonsten, wenn man das mal hier weiter durchgeht, dann sieht man sehr, sehr selten wirklich eine Netto-Akkumulation mit einem Minus, sondern ausschließlich ein Plus, was auf jeden Fall sehr positiv ist, weil es zeigt, okay, die Leute, die schon viel Geld haben, die einfach viel auch an Collectibles haben, wir sprechen hier wirklich von 2000 bis hier oben 16.000 Collectibles, die akkumulieren weiter. Das heißt, sie kaufen weiter nach. Und hier zum Beispiel der achte Platz hat gerade mal 517 Collectibles in den letzten Tagen akkumuliert. Also hier geht es auf jeden Fall auch weiter mit der Akkumulation, aber tatsächlich eher in höheren Bereichen, beziehungsweise in Bereichen, wo einfach die Leute sehr viel mehr Kapital haben. Ja, und ansonsten gibt es hier auf jeden Fall noch eine sehr schöne Ankündigung für alle Leute, die bei der DKMS Spendenaktion mitgemacht haben. Erstmal vielen, vielen Dank. Wir konnten über 560 Euro einsammeln für die DKMS. Und ja, wirklich vielen Dank an jeden, der hier gespendet hat. Und wir wollen euch natürlich da auch ein bisschen was zurückgeben, dass ihr so fleißig gespendet habt. Ich persönlich habe auch gespendet, natürlich ganz klar, aber wir geben euch trotzdem ein paar Geschenke raus. Das Ganze wird dann ausgelost am Donnerstag, dem 29. Dezember um 20 Uhr deutscher Zeit. Zusammen wird ich das Ganze mit dem guten WC-Ente, beziehungsweise mit dem Simon machen. Das heißt, seid auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr also gespendet habt, kommt sehr gerne in den Livestream. Dann könnt ihr vielleicht sogar live euer Geschenk schon mehr oder weniger wissen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Das ist wirklich nur ein kurzer Stream dann an diesem Tag. Denn ja, die nächsten Streams wird es dann auf jeden Fall im nächsten Jahr geben. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem ganz kurzen, wichtigen Video für dich da draußen. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen zweiten Feiertag. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao. Tschüss.